hey meine rambas schön dass ihr wieder am start zeit und zwar ihr wisst ja dass es mir wichtig ist euch immer die neuesten panzer zeigen zu können und so auch hier in dem fall mit dem m4 a1 revalorise glaube ich ja ich bin da nicht so in der ausspreche revalorise irgendwie so wieder ausgesprochen auf jeden fall ein tier 8 mittlerer premium panzer aktuell noch nicht im spielshop zu kaufen sondern nur über den geschenkladen auf der homepage aber ihr wisst ja das dauert immer ein zwei patches dann werden die panzer auch ins spiel in den shop integriert also wer noch zu viel gold auf dem account hat und bisschen geduld der kann da auch immer drauf warten ansonsten wer zu den ersten gehören will der muss halt direkt ein paar euros in die hand nehmen ja dann prakus spielt hier das spiel für uns ich bin sehr gespannt wie er so ist weil ich selber habe ihn auch nur ich glaube ein oder zweimal überhaupt angeschaut also ich bin da auch noch ein bisschen unbedarft ehrlicherweise was den panzer angeht deswegen jetzt umso spannender und schöner zu sehen wie er damit umgeht der rheinmetall hat ja schon direkt eine auf dem deckel bekommen ja man sieht er ist nicht der schnellste also er ist jetzt auch nicht langsam aber für den mittleren panzer da gibt es auf jeden fall deutlich flinkere so von der geschwindigkeit ja so um die bisschen knapp über 30 wenn er jetzt wie hier so noch bergab fährt okay dann kommt er so richtung 40 aber wie gesagt so die erst 3 ist ähnlich schnell da fehlt sich gar nicht so viel wir schauen uns noch mal die werte der kanone an in der zwischenzeit 200 durchschlag mit premium sind es dann 250 ist gar nicht auch so dramatisch und klar was hat also okay bitte durchaus sehr gespannt wie gesagt auch hier dieser panzer hat kein verbessertes matchmaking also wargaming bringt keine panzer mit verbesserten matchmaking aus da müsst ihr euch entweder noch an die bestehenden die es halten wo der sagt ist mir egal wenn er mal in den 10er gefecht kommt dann nehme ich das in kauf ansonsten für ein reines 8er und auch mit 9er kommt man mit 200 durchschlag schon zurecht aber ein 10er wird dann doch schon unangenehmer 479 schaden das ist natürlich schon eine schöne kenne für den mittleren panzer das muss man auch ganz klar sagen general so jetzt fahrt eben der was wissen das überhaupt der st immer ins blick fällt hier jetzt nicht vorne auf die frontplatte gekommen sondern ein bisschen auf die laufräder gezielt deswegen gerade kein damage irgendwas macht er da der war kurios warum er da so raus fährt wenn er es kommt der war unnötig richtschütze auch gleich rausgenommen worden also wie gesagt der erste ist da superschön auf den zug gefahren weil wir auch noch mal ab aber die iso besorgt sein dem ihr es und da jetzt auch noch mal der t960 den tiger jetzt oben hat er noch ein bisschen was an gegnern typ 59 also man sieht der alpha der ist wirklich okay von der kanone 390 aber er hat bisher mit den rolls immer recht glück gehabt 440 und 480 aber panzern ist natürlich wieder reduziert klar ist sehr sehr schräg das heißt also ein bisschen regulierung sag ich mal aber jetzt auch nicht so dass man sagt man hat hier ein panzerungswunder da hat so ein type oder so schon vorteile halt hier auch ab war auch gar nicht so gut geschossen und pakos glaube ich auch nicht das erste replay der hat das schon das ein oder andere was geschickt aber es ist so wie bei jedem panzer auch man muss erst mal einspielen und dadurch dass es den panzer noch nicht so lange gibt werde auch noch nicht so unendlich viele gefechte drauf gemacht haben der type hat gerade nichts umher geschaut zu kurz wo steht da viel alter verwalter da war es gut dass er da noch kurz geguckt hat und dann wieder zurückgezogen hat bevor er überhaupt 10 konnte was denn da kommt weil das wäre übel ins auge gegangen da oben da schade da hätte er jetzt sehr schön auf den jagd panther gehen können jetzt vielleicht versucht er hier ein bisschen noch mal zu flankieren achten gerade nicht auf ihn das könnte gut ausgehen ja wie auf dem rheinmetall auch noch mal 420 schaden also der macht dann schon was so der type hat jetzt hier verschossen und mit 200 durchschlag da kann man auch ein type einfach mal so auf die frontplatte drauf schießen hat one shot noch dann würde ihn weg machen ja der war gut der war sehr fein und auch wichtig jetzt kommt dann dabei noch e 75 nach und e 75 der teilt natürlich unglaublich aus das weiß er auch deswegen sind der den ist hier gleich mal einmal mit dem hit jetzt schießt der e 75 auf ihn jetzt hoffentlich lädt er schneller nach der macht den weg weil sonst hätte er ein problem ja genau richtig macht er auch so hat jetzt aber auch trotzdem nur noch 182 kp ist nicht mehr wahnsinnig viel aber hier haben sie auch kaum mehr gegner der erst da oben genau da hat er sich im richtigen moment zurückgezogen die bad shit art die halt jetzt auch hier rein auch da hat er glück gehabt dass die nur mit 54 he schaden gesplasht hat und nicht noch mal ein bisschen mehr aber auch glück gehört dazu den ersten hat er gut ausgeguckt und abgewartet jetzt weiß er natürlich die art die schaut immer noch auf ihn ist also hier hält sich noch so ein bisschen zurück jetzt auf den rheinmetall den pferd jetzt ins hack auto eben und dann nimmt er den raus art die halt auch noch mal rein aber diesmal nicht mal mehr den splash aber man sieht jetzt er hat alles ist alles heil er hat kein fahrer kein kommandanten und alles anderes heil aber bis er im berg hoch kommt das ist schon sehr zäh ich weiß auch natürlich nicht was für eine crew er drauf hat aber ich unterstelle einfach mal dass auf einem mittleren panzer der franzosen da der auch recht in ordnung ist also von dem her wie gesagt ein wendigkeitsmonster ist er mal nicht da ist die arti da hat er schon lange schießen können ja genau stehen bleiben einämmen ja das weiß ich nicht ob der getroffen hat könnte könnte aber auch nicht hat wohl nicht getroffen jetzt aber jetzt trifft er endlich und was hat da noch einen bruder im ganzen entschuldigung das ist gut so lange nicht hier aufgeht er ist nämlich außerhalb der trying range das heißt er kann ja schießen ohne dass er aufgeht kann jetzt eigentlich ausnutzen ein bisschen hasen schießen machen der gegner kann hier nichts dagegen machen musste sozusagen zuschauen und warten bis die schüsse von ihm kommen der ging da ist er ganz knapp noch nach hinten über gekippt hat jetzt auch noch ein busch vor sich den er da super nutzen kann und am ende der runde das kann ich euch jetzt schon mal verraten geht er mit 106.000 credits nach hause also mit premium account natürlich aber das ist doch eine ordentliche credit ausbeute gut man muss auch natürlich sagen 5000 schaden ist auch nicht wenig tiger 1 hier da will er auf einen helm schießen das schluss ging ein bisschen nach unten hat er nicht durchschlagen ich würde weiter auf den tiger gehen ja genau naja der tiger ist dann natürlich auch jetzt gerade da nicht so leicht und er ist halt ein one shot deswegen ist er hier ein bisschen passiver was auch nachvollziehbar ist hier auf den deckel kein durchschlag und jetzt da noch mal vielleicht jetzt da geht die kanone nach unten jetzt last but not least nur noch der tiger 1 am leben setzen sich wieder in bewegung aber der tiger wird durch die art herausgenommen und dementsprechend beenden wir das replay mit 5074 schaden 22 hits davon 14 durchschläge also 14 durchschläge haben 5000 schaden gemacht das finde ich ganz okay ja ansonsten aber nichts abgeblockt und was wiederum zeigt dass der natürlich da doch sehr weich ist aber eben 106.000 credits raus das ist neben der crew ausbildung das wichtigste auf einem premium und das ist doch sehr ordentlich ich bedanke mich fürs zuschauen schön dass ihr dabei war bis zum nächsten mal ein karamba ein